willkommen hier wieder zurück auf meinen kanal gestern hat fortnight bankautomaten reingebracht ab 18 uhr da könnt ihr aufgaben abschließen alles free und nach einer woche wenn ihr jeden tag eine aufgabe macht bekommt ihr ein tanz wie das alles so aussieht erfahrt ihr alles in diesem video wenn du neu bist dass gerne ein leichter und abonniert gerne den kanal die atm bankautomaten sind auf der ganzen map verteilt bis jetzt habe ich zwei stück gefunden einer bei lazy lake beim melden gebäude ganz unten an der mauer ist ein bankautomat geht hier ran und dann kommt ein hologram raus erzählt euch bisschen was als npc wurde ich von mehr autos angefahren als man sich vorstellen kann ich meine das ist schon tragisch aber weißt du was alle finden es toll also also raus da und versuch' allen den weg zu arbeiten und ihr bekommt eine aufgabe dann geht ihr auf aufträge und da steht die erste aufgabe die macht ihr dann und ich helfe euch mal ein bisschen bis jetzt habe ich drei aufgaben erledigt und es war sehr kompliziert bis ich das herausgefunden habe dass es eigentlich ganz einfach geht eure erste aufgabe wird sein dass durch überfahren von einem fahrenden auto da habe ich jetzt gedacht wie schaffe ich das dass ein gegner mich anfährt es muss ja ein noob sein weil jeder steigt aus und kehrt dich dann aus zufall hat mich ein duo team außersehen angerempelt also mein eigenes team das zählt also lasst euch überfahren von euren eigenen teammate ich stirbt nicht ihr fliegt ein bisschen weg und das jetzt ist aufgabe fertig die nächste aufgabe wird sein nimmt nahkampf schaden an da dachte ich erst so wer spitz hat heutzutage noch das sind doch heutzutage nur noch spitz hat unterwegs die nur bauen wie schaffe ich es dass mich einer spitz hat da habe ich die runde gespielt gespielt bis ein ofo mich angerempelt hat also ich war auch im ofo wir beide sind kollabiert zusammen mit ofos also er ein ofo ich und das zählt als aufgabe fertig die dritte aufgabe wird sein verteilt minzen ihr geht einfach nach lazy lake nach trippi nach diese andere kleine stadt wo die aliens sind und da verteilt die münzen jetzt denkt dir von woher bekomme ich die minzen ganz einfach gesagt die minzen habt ihr schon integriert in euer körper ihr geht hin drückt viereck die minze wird hingelegt aufgabe fertig bei drei städte müsst ihr das machen ihr habt eine auswahl von sechs städten das war es erstmal mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen lasst einen daumen nach oben da und abonniert mich kostenlos und dann sehen wir uns im Video zu drücken